Herzlich Willkommen in dieser Videoreihe, bei der ich mich mit den Kenntnissen beschäftige, die du für eine Textverarbeitung benötigst, um eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben zu können. In diesem ersten Video möchte ich dir zeigen, wie man bei Word 2016 das Seitenformat auf DIN A4 einstellen kann. Man geht dazu auf Layout und wählt dann hier dementsprechend das Format aus. Da sind wir richtig und da hättest du verschiedene Formatmöglichkeiten. Bei uns im deutschsprachigen Bereich verwenden wir immer dieses A4, dieses DIN A4 Format. Wir haben hier eben dann die Breite von 21 cm und die Höhe von 29,7 cm. Ich klicke her und das Format wird auf DIN A4 eingestellt.